Wie lautet deine Bilanz der letzten Saison? Ja, es ist so, dass wir Zweiter geworden sind mit einem grossen Abstand zu YB. Wir haben aber selber auch einen grossen Abstand zum Dritten. Es ist sicher so, dass man hier in Basel nicht zufrieden sein kann. Wir haben den Goebsi geholt. Wir hatten dort alle Spiele auswärts. Das ist sicher auch mal ein Stück, den man loben muss. Und es muss ein Ziel sein für uns in der neuen Saison, da natürlich näher zu YB zu kommen und mehr Konkurrenz ziehen können. Und auch länger mitzuheben und dementsprechend Abstand verkürzen. Deine Vorgänge haben viele Testspiele immer verloren. Wie erklärst du dir das jetzt, dass es unter dir anders gelaufen ist? Ja, ich weiss nicht, was wir gemacht haben oder was gemacht worden ist. Das kann ich nicht beurteilen. Es ist natürlich so, dass wir vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die stärksten Gegner hatten in der Vorbereitung. Das hat aber natürlich auch mit dem zu tun, dass viele gerade im Sommer auch erst später anfangen. Und auch jetzt am Klub mit den einen oder anderen Aktivitäten nicht so gegangen ist, dass wir vielleicht gegen Top-Vereine spielen konnten. Aber ich glaube wiederum, dass es wichtig ist, dass du Selbstvertrauen holst. Und das ist im Fussball selbst auch wichtig. Es ist für die Spieler wichtig, dass sie überzeugt sind, dass sie gut spielen können. Und ja, wir freuen uns natürlich bei jedem Sieg. Und dementsprechend muss es auch bewusst sein, dass die Testspiele, das sind Testspiele, ja. Und dass, wenn es dann im ersten Match gegen Sion losgeht, dann andere Wien blassen. Und dass wir dann eben auch mental bereit sein müssen, das umzusetzen und das Testspiele dann wieder weg sind. Und dann, ja, geht es los und dann wollen wir Vollgas geben. Ist der FCB bereit für die nächste Saison und bei wie vielen Prozent sind ihr schon? Ja, es ist schwierig immer die Prozent auszudrücken. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir jetzt noch ein wenig Zeit haben. Wir haben noch eine halbe Woche und das wollen wir natürlich nützen. Und es ist wichtig, dass man gerade auch vorbereitet, dass es natürlich Anspannung, Entspannung, dass die Spieler, dass ihnen das auch bewusst ist, dass wir versuchen, das Training auch so zu steuern, damit wir dann Kraft haben und loslegen können. Ich glaube schon, dass wir bereit sind und, ja, ich bin überzeugt, dass wir das dann dementsprechend auf den Platz bringen. Was sind die Ziele für die nächste Saison? Ja, wir wollen natürlich auf der einen Seite den Cup-Titel verteidigen. Auf der anderen Seite, wie wir auch gesagt haben, Ebay ist sicher der Favorit. Wir haben jetzt zweimal die Meisterschaft Gold. Da wollen wir natürlich eben auch mehr Konkurrenz sein. Und auf der anderen Seite wollen wir international dabei sein, um wirklich auch dann das Kader auszunutzen. Was macht bei deinem Job am meisten Spass und was macht dir am wenigsten Spass? Ja, mir macht sehr viel Spass. Also mit jungen Spielern zusammen zu sein, auf dem Platz zu sein, verraussen zu sein. Einfach auch mein Leben ist Fussball und ich bin schon lange dabei und ich habe immer noch Spass. Und auch, ja, es wird mir nicht langweig, auch ein Spiel zu verfolgen, anzuschauen und Analyse zu machen, zusammenzustellen. Und das ist sicher das Schöne. Das weniger Schöne ist, wenn du das Spiel verlierst. Da machst du dir mehr Gedanken, das ist unangenehmer. Und ja, darum kann ich eigentlich nur sagen, okay, wir müssen immer alles dafür tun, damit wir ein Spiel gewinnen können. Weil dann haben wir es am schönsten. Wann gehst du schlafen und wenn du stehst wieder auf? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich bin schon recht intensiv am Arbeiten, meistens am Morgen am 8 Uhr im Stadion. Und je nach Situation gehe ich sieben, halb, acht Uhr wieder zum Stadion raus und gehe dann noch etwas zu Hause essen. Ich muss vielleicht zu Hause noch etwas arbeiten. Also es ist, wenn ich so auf sieben Stunden Schlaf komme, dann geht es mir eigentlich recht gut. Warum ist der FC wieder ein besserer Verein als der IB? Kannst du mir das vielleicht sagen? Ja, ich möchte das jetzt nicht vergleichen. Also der FCB ist ein Top-Verein in der Schweiz. Er ist auch international anerkannt. Mit seiner Infrastruktur und alles rundherum ist das fantastisch zu arbeiten. Und dementsprechend bleibt es auch uns auch, IB da Dampf zu machen und dagegen zu haben. Welcher Klub wird nächste Saison Schweizer Meister? Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich noch sagen. Ja, wir hoffen natürlich, dass sich das wieder dreht und wir können auf dem Podest ins Oberschlaf. Und zum Schluss noch, was für eine Botschaft würdest du den FCB-Fans mitteilen? Ja, unterstützt uns. Gebt alles. So wie wir das eigentlich schon, oder wie ich das jetzt in den paar Monaten, die ich da bin, habe erleben können. Gebt Vollgas und sind dabei. Und wir können nicht versprechen, dass wir alle Spiele gewinnen, aber dass wir Gas geben werden. Und mit eurer Unterstützung fällt uns das natürlich viel leichter. Dankeschön, Masel Kahlo. Ja. Danke. Vielen Dank.